einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video direkt vom würdersee wir hatten dieses mal eine echt krasse spannende verrückte und mal eine andere anreise wir hatten ja den 46 m3 von philipp mit und er hatte ein kleines problem mit den felgen dann musste man eine werkstatt suchen die uns da ein bisschen hilfe waren so auf der höhe kurz vor münchen dann war man in einem vw autohaus die haben uns dann geholfen die jungs aber die räder runter gemacht und haben dann von jemand anderes der seine hilfe angeboten hat seine csl räder geholt vom max der fährt nämlich selber eine 46 m3 jetzt immer nach zwölf stunden endlich am würdersee angekommen jetzt werden wir auch gleich zur xsk night gehen ist es nämlich schon nach 16 uhr die läuft schon mitgenommen habe ich die zwei autos der 36 ist ja leider nicht mitgekommen weil der noch das antriebswellen problemchen hat deswegen habe ich mitgenommen den m4 und den 46 m3 ich denke ich 16 m3 macht mega bock hier wieder wenn man ein paar passstraßen fahren werden ich hätte jetzt gesagt ich nehme euch mit auf die xs wir schauen mal was da so cooles rumsteht philipp sein 46 steht natürlich auch da den haben wir mitgenommen und darf jetzt auf der xsk night stehen und wir gehen ja jetzt zusammen hin aber wir sind jetzt gerade angekommen hier stehen schon mega viele krasse autos auf dem parkplatz wir werden jetzt mal reinschauen und ich werde euch natürlich jetzt auch noch ein paar autos vom parkplatz ab filmen denn was hier auf dem parkplatz steht ist auch mega krass und dann schauen wir zusammen rein so ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also kann ich nur empfehlen, müsst ihr unbedingt mal halten, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wie die Alben hieß, aber wenn ihr die Hochalpenstraße hochfahrt, ich glaube, das zweite, dritte Restaurant, so auf der halben Höhe, kurz bevor die Ampel kommt. Wir werden heute jetzt nicht mehr so viel machen, wir werden noch was essen gehen, vielleicht schauen wir auch nochmal nach Farg an die Turbokurve oder zum Kogelhoch, bin mir noch nicht sicher. Autowaschen muss ich definitiv noch, der E46 schaut aus wie die Sau, zumindestens die Felgen, die muss ich definitiv vorher einmal putzen. Und weil viele gefragt haben, wo wir immer essen gehen, was so unsere Restaurants sind, also so meine zwei Favoriten-Restaurants sind definitiv Franco Bolo und Harrys Farm, weil ich auch ziemlich gerne Fleisch esse. Da gehen wir morgen und übermorgen hin, Harrys Farm und Franco Bolo. Und ja, wir machen uns heute noch ein Schildigen und wir sehen uns dann später wieder. Dieses Jahr haben wir echt richtig Glück mit dem Wetter, wir hatten es bis jetzt nur einmal, dass wir schlechtes Wetter hatten. Also wir machen uns jetzt gerade fertig, wir werden jetzt mal zur Nockalmstraße hochfahren. Aktuell ist echt sehr wenig los, also Wettersee ist gefühlt viel, viel weniger los als die Jahre davor. Es ist auch extrem viel Polizei da, auch auf den ganzen Plätzen und normalerweise hätte da jetzt hier schon wieder gehört, dass hier unten Autos vorbeifahren. Aber das ist alles tot, wir waren noch gerade in Klagenfurt wegen meinem Nockenwellensensor für den E46. Natürlich haben sie den falschen Sensor bestellt. Perfekt, läuft, kann also nicht mit dem E46 fahren, fahre wieder mit dem M4. Wir werden dann nachher mal zur Turbo-Kurve gucken, weil das ist jetzt so der einzige Platz, wo so noch ein bisschen was los ist. Auch Mischkulnik, wo sonst immer viel los war, ist gar nicht. Deswegen fahren wir jetzt auch raus, fahren zur Nockalmstraße, fahren da ein bisschen Bergpässe und nehmen euch wieder mit. So, wir sehen uns gerade. Oben auf der Nockalmstraße angekommen, hier hatten wir auch wieder einen halligen Blick. Wir sind jetzt Mittwoch hier hochgefahren, heute haben wir nicht so viel Verkehr gehabt, wir konnten quasi etwas zügiger hochfahren, hat riesig Spaß gemacht. Wir werden uns jetzt noch da hinten hinstellen. Wer das Video geguckt hat, wo wir die Mädels zu gemacht haben, da standen wir auch genau dort hinten und haben unsere Videos und unsere Fotos gemacht. Da werden wir uns jetzt hoffentlich auch nochmal hinstellen und ein paar Bilder machen und dann geht es für uns was essen. Und dann kann ich euch auch wieder nur empfehlen, Nockalmstraße, wer sie noch nicht gefahren ist, kommt auf jeden Fall mal her, fahrt sie mal, macht echt mega viel Spaß. Wurden sie gerade kontrolliert? Ja. Wurde jetzt auch gerade angehalten von der Polizei. Ich bin schön langsam gefahren. Bin dann, habe ich schon gesehen, sind sie schon auf die Straße gegangen, haben mich gleich direkt so. Dachte mir, ah, perfekt, super. Aber, also sie haben ja auch schon viele Autos stillgelegt, deswegen hatte ich auch richtig Bammel. Haben sie, haben zu mir so gesagt, ja, schlag mal ein, das hat alles gepasst, aber... Da waren sie schon das erste Mal stutzig, weil meine Bremse ja so quietscht und ich die guten, ähm, Parkett-Bremsbeläge drauf hab, die sich anhören, als wenn, ja, ein Zug einrollt im Bahnhof, musste dann reinfahren, also sie haben dann so ein Tor für mich geöffnet, da durfte ich dann mit einem E46... Wir blenden, wir blenden es mal ein, würde ich sagen. Ja, durfte dann in das Tor reinfahren und dann haben sie sich mal Auto angeguckt, dann ein Polizist hat mich noch richtig gedisst, der hat noch gesagt, na, für ein CSL hat es wohl nicht erreicht, dachte ich ja so... Okay, dann haben sie bei mir, habe ich noch nie gemacht, Geräusch, Geräusch messen und ich musste, weil es bei mir im Fahrzeugschein stand, 5.900 Umdrehungen halten und da haben sie mein Standgeräusch gemessen und ich war 4 dB drüber, das ist in der Toleranz, ich glaube 5 dB darf man drüber sein, bevor irgendwie, ja, bevor man da irgendwie Probleme bekommt, aber ich war safe, waren auch sehr, sehr nette Polizistinnen, die ich da hatte, also kann mich da jetzt nicht beschweren durfte, die jetzt weiterfahren mit dem E46 und jetzt geht es direkt zu Harrys Farm, ein schönes Steak essen. Hier ist heute, ist hier wieder viel los. Das war es für uns am Wörthersee, wir reisen jetzt doch schon frühzeitig ab, alle Autos leben noch, der E46 Sensor, der Nocumail Sensor ist nicht gekommen, das machen wir jetzt alles dann, wenn wir wieder zu Hause sind, die Autos schauen innen wie außen aus wie sauer, die brauchen definitiv erstmal eine Pflege, wenn wir zu Hause sind. Wir fahren jetzt direkt nach Hause, ich hoffe, euch hat das Wörthersee-Video gefallen, wir sehen uns im nächsten Video und macht's gut! Schuss mit dem E46 Sensor